Hey Leute, was geht? Onkel Mo wieder hier am Start. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Brawl Stars Video. Ja Leute, als erstes, bevor wir mit dem Video starten, möchte ich mich wirklich vom ganzen Herzen bei euch bedanken. Die letzten Videos, die Likes, die auf den Videos waren, Wahnsinn. Ich bedanke mich ganz herzlich. Deswegen, auf dem Video braucht ihr keine Likes da zu lassen. Ich küsse eure Herzen. Kuss geht schon mal raus an alle, die wirklich in den letzten Tagen die Videos supportet haben. Gute Aufrufe, gute Likes, gute Watchtimes. Mehr kann ich nicht verlangen. Kuss. Vielen lieben Dank dafür. So Leute, folgende Geschichte. Thema heute in diesem Video ist, wir haben in Brawl Stars Seltenheiten. Ja, wir haben einmal, okay, Shelly ist der erste Brawler, aber wir werden Shelly zu der Seltenheit selten hinzufügen. Unser Cutter kann mal wieder so ein Foto oder quasi so ein Pfeil machen, wo das steht. Ja, wir haben also, man kann es auch an den Farben erkennen. So, grüne Farben. Dann haben wir Super Selten. Haben blaue Farben. Epic. Das ist, Luki, das ist, was ist das? Das ist lila, ne? Weißen wir, Luki ist da, Leute. Das ist lila. Äh, Leute, Luki. Krass, 110.000 Luki. Weißen wir, ich grüße dich, hallo. Hallo. Dann haben wir Mythisch. Die sind im Hintergrund rot. Und dann, kennt ihr es, haben wir die Legendären. Die sind Gold oder Gelb, keine Ahnung. Und für jede Kategorie, oder für, Entschuldigung, für jede Seltenheit, haben wir uns zwei Brawler ausgesucht. Wer sind die besten Brawler für jede Seltenheit? Die zwei besten, ja? Ich habe mir eure Kommentare durchgelesen. Ich bedanke mich wirklich bei jedem, vom ganzen Herzen, eure Kommentare. So gut. Ich denke mir manchmal, ey, wow, die haben echt was drauf, so wie die denken. Sehr interessant, ja. Gefällt mir sehr. Schreibt eure Gedanken, eure Rangliste. Wenn ihr sagt, Luki hat keine Ahnung, der hat nur gute Mechanik, der kann nur gut dodgen, der hat nur einen guten Ping, das war's, ja? Deswegen ist er so gut. Der hat schon geplant, das stimmt. Schreibt es bitte in die Kommentare. Würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich freue mich über positives Feedback und negatives. Luki war ein bisschen angeschlagen, Leute. Ihr hört das an seiner Stimme. Er ist wieder da. Er war ein bisschen erkältet. Er wird jetzt in der Kategorie, ganz wichtig, wir haben Shelly als selten genommen. Wird er uns die zwei besten Brawler in der, ja, in der Seltenheit selten einmal vorstellen. So, Luki, wen haben wir da? Wer ist der beste Brawler, Platz 1 bei Seltenheit? Also bei selten, da haben wir Nita. Und Nita? Also zu Nita, ich glaube, wir hatten die auch bei den besten 5-Boller-Videos, hatten wir die auch relativ weit oben gerankt. Was macht Nita eigentlich so stark, deiner Meinung nach? Das ist der Hypercharge? Ja, der Hypercharge und wie schnell sie ihren Bären auflädt. Wie schnell sie ihren Bären auflädt? Ja, die Hypercharge, dafür braucht sie 10 Schüsse. Das ist auch sehr schnell. Achso, 5, jetzt habe ich meine Ulti, ne? Und wie viel jetzt brauche ich für den Hypercharge? Ich glaube, bis zu 10 sein, ne? 10. Und Nita hat ja auch Flächenschaden, ne? Wichtig, ne? Und sie ist sehr gut gegen Tanks. Ja, okay, sehr interessant. Wie spielen wir nochmal Nita? Welche Gears, welche Starpower? Also Gadget kann man beide eigentlich spielen, aber ich finde meistens auch das Schild cooler. Als Gears würde ich Speed und Damage spielen meistens, außer wenn es halt kein Gebüsch gibt, dann würde ich Schild und Damage natürlich spielen. Starpower? Würde ich immer diese Heal Starpower spielen, also die erste, außer in Tresor Raub, da würde ich die zweite spielen. Also nur in Tresor Raub, die zweite Starpower, sonst immer Heal Starpower, korrekt? Genau. Nita ist der beste Brawler in der Seltenheit selten. Wer ist der zweitbeste Brawler, Luki? Der zweitbeste Brawler ist Shelly. Shelly, okay, krass. Wo würdest du Shelly gerade einranken? Top 20 Brawler, Top 10, Top 15? Top 15, ja. Okay, wie spielen wir Shelly? Das zweite Gadget immer. Das zweite Gadget immer, okay. Hier würde ich immer plus eins spielen, also wenn es wieder Gebüsche gibt, würde ich wieder Speed hier spielen. Und wenn es keine gibt, kannst du Damage oder Schild spielen. Damage oder Schild, okay. Starpower, welche würdest du spielen? Ich mag eher die mit dem Leben, also die zweite. Also die ist Wunderflaster. Aber man kann theoretisch auch die erste spielen, aber ich finde die zweite einfach cooler. In der Kategorie Selten, zweitbeste Brawler, Nita Platz 1, Shelly Platz 2. Es geht weiter. Wir haben super selten. So, Luki, wir haben super selten. Das erkennt ihr auch an der Farbe im Hintergrund beim Brawler. Es ist blau. Hier ist es grün und dann wird es blau. Ja, okay, Luki, was haben wir bei super selten? Wer ist der beste Brawler für dich? Also super selten, da war es zum Beispiel ein bisschen schwierig auszusuchen, wer der beste ist. Aber haben wir uns doch dann für Jesse entschieden. Okay, Jesse? Jesse ist einfach generell sehr stark, weil sie ihr Trailer auf dem Feld hat. Ja. Gegen wen ist Jesse schlecht? Gegen wen ist Jesse schlecht? Gegen Werfer auf jeden Fall. Gegen Werfer auf jeden Fall, okay. Ja, und gegen Sniper. Gegen Sniper, okay. Aber Jesses Hyperchart ist schon gut, ne? Ja, ist schon böse. Kann man gut damit machen. Ja, ist schon böse. Wenn man Jesse spielt, wie würdest du Jesse empfehlen zu spielen? Ähm, Gadget würde ich das erste spielen. Außer halt den Tresor Rob würde ich das zweite spielen. Okay, Gadget nur Tresor Rob, dann das zweite, sonst nicht, ne? Okay, also Gadget das erste, nur wenn der Tresor Rob chillt, das zweite, okay? Gears? Ja, ist halt wie fast bei jedem Brawler, so Schild Damage, wenn es keine Gebüsche gibt. Ja. Sonst wie das Speed oder Schild. Ja. Kann man halt ein bisschen variieren, wie man will. Also kommt auf die Map an, ist die mit Büschen, ohne Büschen, ne? Ja, ja, genau. Oder auf manchen Maps kannst du noch Vision Gear spielen, wenn du dich nicht sicher fühlst, aber... Okay, Star Power, welche Star Power würdest du spielen? Die erste, normalerweise. Die erste. Auch in Tresor Rob, tatsächlich würde ich auch die erste spielen. Auch in Tresor Rob die erste? Ja, da ist die auch besser. Okay, Leute, wichtig, ja? Leute, wichtiger Tipp. Ich hätte sogar gesagt, bei Tresor Rob die zweite, aber Leute, es ist Luki. Wenn der Kollege sagt, es ist so, dann wird es schon stimmen. Bei der Rarität, ja, genau, das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe. Bei der Rarität, super selten. Bei der Rarität, super selten. Der beste Brawler, Jesse. Der zweitbeste Brawler... Wen haben wir da, Luki? Haben wir Rico. Rico, okay. Kass, Rico. Warum Rico? Also Rico war schon immer relativ stark. Wie gut ist Rico in der Meta? Also Top 10, Top 20, Top 30, wie gut ist er? Ich würde sagen, so Top 25. Top 25, okay. Er macht sehr, sehr viel Schaden, solange man mit ihm gut trifft. Also halt auf Maps mit vielen Wänden, ist er sehr, sehr stark. Ah, seine Ulti ist sehr gut. Er ist generell ein guter Allrounder, also er kann alles relativ gut. Wie würdest du Rico empfehlen zu spielen für einen Zuschauer? Also Gadget würde ich das erste spielen. Gadget das erste, okay, das ist quasi dieser Abpraller, ne? Also wo ganz viele Bouncer kommen, ne? Genau, aber man könnte theoretisch auch das erste spielen, wenn man es spielen kann. Ja, also zu Gears würde ich fast immer Reload spielen. Ne Reload-Gear, okay, ja stimmt. Rico hat Reload-Gear, richtig, ja? Ja, fast auf jedem Brawler immer Reload. Und tatsächlich fast immer Vision, weil die meisten Maps, wo es Wände gibt, gibt es auch immer Büsche. Interessant, Leute. Rico ist meistens auch ein Lane-Brawler, der spielt man links oder rechts auf der Lane. Und meistens ist es so, dass in den Lanes oder in denen quasi auch immer Büsche sind, korrekt? Ja, weil da halt auf den meisten Maps, wo es Wände gibt, gibt es halt auch noch Büsche. Starpaw, eins oder zwei? Die erste. Die erste, okay. Ist Rico ein schwieriger Brawler, ist er ein Skill-Brawler? Ich würde schon sagen, ja. Also bin ich krass, weil ich ihn auf 1500 gemacht habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, dankeschön. Korrekt. Onkel Rico. Onkel Rico, dankeschön. Leute, muss man auch mal von einem krassen Spieler hören. Rico haben wir auf 1500 gepusht. Wenn du das Video nicht gesehen hast, kann mein Cutter versuchen, es zu verlinken oder er macht es in die Beschreibung rein. War ein cooles Video, waren echt nice Games. Okay, Rico auf Platz 2 bei der Rarität Supercell. Wenn du sagst, Luki hat keine Ahnung, schreib es in die Kommentare. Sag, was du für ein Ranking machen würdest. Würde ich mich freuen. Es geht weiter. Ihr seht es, im Hintergrund, die Farbe ändert sich. Es wird pink. So. Ja. Es wird epic. Da haben wir echt viele Brawler. Da haben wir echt viele Brawler, aber das war echt easy für Luki. Der hatte sofort schnell die Antwort. Luki, wen haben wir da? Wer ist der beste Brawler in der Seltenheit oder in der Rarität? Epic. Ja, so wie du schon gerade gesagt hast, Angelo, der letzte Brawler. Ja, Leute, Angelo ist echt krass. Der beste Brawler am Spielen. Ich habe ein Video gemacht mit Yoshi und mit Linane. Weißt du, was Linane mir gesagt hat? Warum Angelo so gut ist? Weil er ein sehr schnelles Bewegungstemport als Sniper. Das macht ihn so OP. Das hast du aber auch gesagt. Er kann wirklich sich schnell bewegen, schnell dodgen. Ja, weil er so schnell ist. Angelo. Also ist der beste Brawler in der Kategorie Epic. Luki, wie spielen wir Angelo? Wie würdest du Angelo spielen? Also an Angelo ist eigentlich fast alles gut. Also beide Gadgets sind es gut, tatsächlich. Ich finde den Jumper immer ein bisschen angenehmer, weil ich finde es immer so ein bisschen safer, wenn man nochmal zurückjumpen kann und sich hochrein kann. Ja, vor allem wenn man so irgendwie Gem-Carrier spielt, ne? Genau, ja, du spielst den halt meistens auf Juveniakt. Die sind tatsächlich sehr, sehr gut, deswegen da immer jumpen. Weil du brauchst die Juveni halt. Ja, man kann das auch, dass Durchschuss-Gadgets spielen. Gegen so Brawler wie Charlie, die halt diese Spinnen haben. Wenn du dann halt drei Schüsse brauchst, brauchst du dann halt nur einen Schuss. Und das hilft dir halt extrem dann. Wie sieht es mit Gears aus? Das ist eigentlich jedes Gear fast gut. Also man kann auch plus eins spielen für ihn. Aber sonst würde ich fast immer Schild spielen, weil er ist ja ein Sniper. Er hat wenig Leben, er braucht nicht viel Leben. Deswegen Schild hast du immer. Und dann kann man sich aussuchen zwischen Damage und plus eins. Und Star-Power eigentlich immer die erste, ne? Genau, immer die erste. Immer. Nur halt, wenn da viel Wasser ist, dann die zweite, glaube ich. Selbst dann finde ich die erste cooler, weil du kannst halt während du in der Ulti platzierst, einfach weiter schießen. Ja, das ist echt heftig. Ja, das stimmt. Ich bin der zweite halt einfach nicht. Du musst dich einfach erstmal hochfallen. Angelo, der beste Brawler in der Kategorie Epic. So, Luki, wen haben wir auf Platz 2? Larry und Laurie. Larry und Laurie. Wo würdest du Larry aktuell so einranken? Top 10, Top 2, 15, Top 20? Erstens, warum ist er echt nicht schlecht? Also Top 15 ist er bestimmt. Krass, obwohl er so viele Nerfs bekommen hat. Immer noch so gut. Warum ist Larry und Laurie immer noch so gut? Der Skin ist so geil. Also, der hat halt immer noch einen krassen Damage. Was man dazu sagen muss. Wie viel Damage macht der? Zweimal 1,4. 2,800, das ist schon viel für den Werfer. Ja, das ist ultra 4. Und das Problem ist ja auch er, seine Schüsse sind sehr, sehr einfach zu treffen. Er hat eine gute Hitbox, ne? Mit der Ulti. Ist er halt sehr, sehr gut gegen Tanks noch zusätzlich. Larry macht auch voll Spaß zu spielen, finde ich persönlich. Wie spielen wir Larry, Luki? Also Gadget immer das zweite. Gadget immer das zweite, okay. Gears, aber ich würde fast immer Schild Damage spielen, weil auf der meisten Werfermaps Schild Damage einfach... Star Power? Kann man beide spielen. Ich finde, die zweite finde ich cooler gegen Tanks, also gegen Brawler mit viel Leben, weil du da einfach diesen Roboter einfach spammen kannst und dann hast du fast unendlich Schüsse. Und so gegen Brawler, wo du weißt, dass dein Roboter nicht viel machen wird, also so Kontroll-Brawler, da würde ich dann meistens die Star Power gehen, damit du mehr Leben hast für dich selber. Zweites Gear, also wir haben Damage und was würdest du als zweites Skin nehmen? Damage Shield. Damage Shield. Der Skin ist aber geil, ne, Luki? Ja, der ist schon cool. Ich habe den leider nicht. Okay, Leute. Bester Brawler in der Rarität. Epic. Platz 1 Angelo. Platz 2 Larry. So, jetzt kommen wir zu der Kategorie Mythisch. So, okay, Luki. Wen haben wir da auf Platz 1? Ja, Melody. Natürlich. Der zweitbeste Brawler im Spiel. Boah, Melody ist echt gut. Ja, Melody. Leute, Melody... Ich muss Melody nicht erklären. Sie ist krass. Denkst du, sie wird verschlechtert bei dem nächsten Update? Ja. Und ich denke, Angelo auch. Beide auf jeden Fall. Beide auf jeden Fall. Okay. Also, wenn ihr Melody noch nicht gepusht habt, pushen. So, Luki. Wen haben wir auf Platz 2? In der Rarität Mythisch. Wer ist der zweitbeste Brawler für dich? Da haben wir Max. Max, krass. Max ist auch so gut gerade, ne? Ja, es ist sehr gut. Aber auch ein wenig im Hyper-Chouch. Krass. Also, sagst du, wenn Max diesen Hyper-Charge nicht hätte, wäre er ja kein Top-5-Roller? Momentan wahrscheinlich nicht, ne. Was einfach so ein Hyper-Charge ausmacht, ne? Ich würde schon sagen, so Top-10 oder Top-15, aber nicht Top-5, ne. Ich hoffe, dass mein Cutter kurz vorm alten Video einmal zeigen kann, was der Hyper-Charge vom Max macht. Das ist unglaublich. Bitte achtet auf meine Super-Aufladung. Wichtig. Passt auf. Ah, okay, jetzt, weil ich noch, oh mein Gott, Luki, was ist das denn? Ja, boah, was ist das denn? Das ist echt unglaublich. Ja, das ist echt heftig. Ich hoffe, mein Cutter kriegt das hin, dass er euch das einmal zeigen kann. Ich verlass mich auf dich. So, Luki, wie spielen wir Max? Also, immer das erste Gadget. Also, ich spiele Max sehr, sehr viel. Also, ich spiele immer Shit und He-Gear. Ach so, lol, so ein bisschen tanky sogar. Ja, genau. Also, ich spiele Max lieber tanky, weil du gehst halt rein, holst deine Ulti, gehst wieder raus, heelt sich hoch und so weiter. Das machst du halt unendlich. Machst dadurch halt ultra viel Druck, weil du hast halt so ein schnelles Bewegungstempo. Ja, deswegen spiele ich ja lieber mit Shade und Heal. Aber man könnte auch, man könnte theoretisch auch Heal durch Damage ersetzen. Also, das macht ja nichts. Interessant, ne? Und Star Power, welche spielst du gerne? Also, ich würde die zweite immer spielen, außer in Knockout, da spiele ich die erste. Nur in Knockout, die erste, sonst immer die zweite. Genau. Also, Leute, in der Rarität, mythisch, der beste Brawler ist Melody. Der zweitbeste Brawler ist Max. Kommen wir zu der Rarität, die mich sehr interessiert. Legendary, legendär. Ja, das fängt an bei Spike, geht bis Draco, Luki. Wen haben wir? Wer ist für dich der beste Brawler in der Rarität? Legendär. Also, das ist momentan auf jeden Fall Sandy. Ja, Sandy ist echt. Ja, Sandy ist echt. Ja, sehr broken. Leute, Sandy muss ich auch nicht erklären. Guckt euch das Video an. Mein Cutter kann es, ich hoffe nicht, in die Beschreibung reintun. Die fünf besten Brawler. Sandy ist heftig. Wenn du gegen Sandy spielst und ihr habt keine Sandy, ist es total unangenehm. Wirklich, total unangenehm. Sie kriegt so schnell Hypercharge. Dann vor allem mit dieser Max-Kombo. Die hat manchmal im Spiel drei Hypercharges. Es ist echt unangenehm. Es ist echt unangenehm. Sandy ist wirklich sehr stark. Luki, wen haben wir auf Platz zwei? Platz zwei, da haben wir momentan Cordillius. Cordillius, okay. Cordillius, Cordillius. Was hatten wir bei Epic? Bei Epic haben wir auch fast zwei Top-Ten-Brawler mit Larry und Angel. Ja, Wahnsinn. Was denkst du, welche Rarität, deiner Meinung nach? Ja? Welche Rarität hat die besten Brawler? Ich glaube, mythisch. Ja, ich wollte auch gerade sagen, mythisch. Weil die haben halt Melody und Max. Ja, dann haben wir noch Byron, finde ich gut. Charlie, ne? Byron ist auch sehr gut momentan. Charlie auch. Also die beste Rarität aktuell im Brawl-Sat ist die mythische, ne? Ja, und ich würde sagen, die schlechteste ist wahrscheinlich super selten. Die schlechteste ist super selten? Ja. Okay, Leute, Cordillius, Platz zwei. So, für die, die es noch wissen wollen, Luki, wie spielen wir Cordillius? Wie spielen wir den Cordy? Ich würde fast immer Jump spielen. Oder ich würde eigentlich immer Jump spielen. Jump immer spielen als Geduld, okay. Ausrüstung? Ähm, also Gears plus eins. Sehr wichtig für dich. Ja, okay. Und, ja, wie man es halt mag, Speed, Damage oder Shit. Speed, Damage oder Shit. Was würdest du empfehlen für Anfänger? Wahrscheinlich Damage. Wahrscheinlich Damage. Star Power? Star Power kann man auch beide spielen. Ähm, ich würde die, warte, muss ich jetzt hoffen, ich würde die zweite würde ich fast immer spielen, außer in Tresorob, da spiele ich die erste. Interessant, interessant. Also nur bei Tresorob die erste Star Power, sonst immer die zweite. Cordy, also Leute, nochmal, ganz kurz, zu der Rarität, legendär, der beste Brawler ist Sandy, ja? Und danach auf Platz zwei Cordillius. Leute, schreibt bitte eure Meinung in den Kommentaren. Ist es ein gutes Ranking von Luki oder ist dieses Ranking Mülltonne? Bitte seid ehrlich, ja? Ich küße eure Herzen. Denkt daran, Luki macht YouTube, TikTok, Twitch, alles was es irgendwie gibt. Ich werde es verlinken. Folgt den Kollegen. Ein sehr talentierter Spieler. Ein sehr guter Spieler. Sollte man wirklich beobachten. Sollte man followen. Würde mich freuen. Support den Luki. Wir sagen Tschüss, ne? Jo. Okay, tschüss Leute. Bye, bye. Peace on Climaud. Uau Serviciu. Untertitelung des ZDF, 2020